Das sind wir wieder bei Pokémon Y und es ist Zeit, dass wir das jetzt nochmal genau anschauen. Okay, gehen wir mal gechillt an, die Theke für 500 Poké-Dollar. Ihr kostet eh alles Cash, ich meine, ich hab mich dran gewohnt. Die Spezialität unseres Kaffees ist der Spezialzaft, das sind es, die schmecken. Nein, ich möchte keinem hier irgendein Trinkgeld geben. What the fuck? Dieses ist ein Kaffee für Pokémon-Trainer mit Niveau, die sich hier einfinden, um mit ihren Liebsten zu posieren. Warum dieses Kaffee ein Schummelplatz für Leute mit Niveau ist, fragst du? Na, weil ich das so sage, natürlich. Okay, und was ist jetzt passiert? Du bist also ein Trainer auf Reisen. Sehr löblich, das sag ich dir, was nicht begeistert wird. Dummiesel. Wenn ich dieses Dummiesel sehe, macht mein Herz einen Freudenschwung. Aha. Also, ich hab einen Dummiesel. Wettet ihr das? Verlässt du uns schon? Nö. Moment. Nee, das ist nur für die Coolen. Achso. Ja, dann. Wenn das nur für die Coolen ist, dann kann ich da jetzt wohl noch nicht rein. Schade, schade, schade. Da bräuchte ich echt mal erst mal 9 Millionen und 90.999 Pokodollar, ehe ich hier wirklich auf Achse gehen kann. Also, da komm ich ja noch runter, genau. Aber gut, dann ist es jetzt endlich mal Zeit, zur Arena aufzubrechen. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, was für eine Arena das ist. Das wird ja aber der gute Guido. So heißt, zumindest laut schwarzem Weiß, der Trainer, der mir die Tipps gibt. Ich weiß aber natürlich nicht, ob das der gleiche ist. Jetzt, äh, sollte man das jetzt mal ein bisschen beschleunigen. Jump. Hä? Achso, die Arena war da hinten, oder? Ah, da. Schon vorbei. Ich weiß nicht, wo da oben ist die Höhle, aber da kann ich ja nicht erst was machen, wenn ich Stärke hab. Da werde ich mich dann wieder etwas umschauen müssen. Au, aber stopp mal. Diesen Pokéball möchte ich natürlich noch. X-Abwehr. Ist natürlich nicht das beste Item, aber ist in Ordnung. Niu. Hier rüber. Nee. Oh Gott. Der Weg zur Arena. Aber jetzt sind wir da. Hallo? Pokémon Arena von Reliviera City. Leite Lino. Klettern mit harter Schale, aber weich im Kern. Und wir können die zweite Arena machen. Ja, ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, wie die Arena aussieht. Hey, geiler Einspieler. Wow. Die Einspieler sind mal entgeil. Pokémon Arena von Reliviera City. Ja. Seid mitgegrüßt, zukünftiger Champ. Wie geht's? Wie steht's? In dieser Arena dreht sich alles um Pokémon vom Typ Gestein. Ach, dann ist er wie es auf los. Knotterbau, äh, bis er Knotterbau aufgehoben. Fantastisch. Die sind unter anderem im Nachteil gegenüber Stahl- oder Wasser-Pokémon. Es ist fast schon niedlich, gegen wie viele Pokémon-Typen die Gesteins-Pokémon sich schwer tun. Oh, voll gepoundet. Oder suche von den blauen Wändern aus, die Steinwände um dich an ihnen nach oben, unten, links oder rechts zu bewegen. Hä? Und so gelangst du zu Marienerleiter. Okay. Und das ist auf jeden Fall mal was Neues. Das gefällt mir eigentlich. Cool. Ähm. Und ja, ich hoffe, ich finde jetzt auch alle Trainer, die hier sind. Aber ja, dazu ist mein Bisa-Knosp der Führung definitiv sehr gut aufgehoben. Gut, natürlich, Lithomyth ist jetzt gleich mal die Ausnahme. Oh, gut. Achso, ich habe sowieso sie vorne. Okay. Gut, das ist sowieso nicht schlecht, weil Lithomyth ist eine Ausnahme. Das Viech, äh, ist Käfer. Damit wäre dieser Knotterbau sowieso nicht sehr effektiv. Ja, hast du es jetzt mal? Ne, du machst mir die Maximalstrafe. Dankeschön. Aber jetzt gibst du den da. Bam. Volltreffer. Ja, hätte sie schon Stahlattacken, hätte ich ja echt gut mit ihr kämpfen können. Oh, du Fiesling. Jetzt geh sterben. Aber unter diesen Gesichtspunkten, naja. Ich bin gespannt, wie die Variation hier werden wird. Relikant, da tue ich aber entgegen auf jeden Fall Bisa-Knosp rein. Denn, das ist eine Vierfachschwäche, die Relikant gegen Pflanzen hat, da es Gesteinwasser ist und damit richtig böse. Aber das ist das erste Mal, dass die Gesteinsarena nicht der erste Orben ist. Denn es gab schon dreimal eine Gesteinsarena in Generation 1, ähm, beziehungsweise Encanto, Sinnoh und Höhn. Und jedes Mal war die Gesteinsarena die erste Arena. Ja, äh, dieses Mal ist das erste Mal, dass es schon davor, also das ist, dass es der zweite ist. So, du musst es mal verschieben und die Items austauschen. Nein, du musst die Items austauschen. Auch wenn es natürlich wenig Sinn macht, äh, dass es jetzt Wundersaat hat, aber lass mal das einfach mal. Und jetzt würde ich versuchen, diese, ähm, diese O-Kraft zu aktivieren. Ja, nämlich, dass ich, äh, doppeltes Preisgeld bekomme. Ich weiß auch nicht, wie genau ich das jetzt mache, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß wirklich nicht. Weil für mich ist das Spiel ja auch blind. Hallo? Ja. Okay. Nein. Ähm, Glückssignal. O-Kraft. Genau. Kaufkraft war es doch, oder? Wird das Kampf nachher, weil du preisgelt gleich? Die wirken in drei Minuten. Okay. Kaufkraft Level 1 eingesetzt. So, dann wollen wir mal schnell weitermachen. Äh, gehen wir mal hier hin. Sollte mich auf jeden Fall beeilen. Und laufe hier voll ins Leere. Super. Genauso stelle ich mir es vor, wenn ich mich beeile. End, endgeil. So. Oh, schon. Schneller. Hallo. Ah. Oh Gott. Das zieht sich. Ich glaube, das habe ich absolut versaut. Und ja. Was geht da auf dem Touchscreen ab? What the hell? Okay. Ich glaube, ich kann es vergessen. Ich werde keinen einzigen Trainer besiegen. Keine Ahnung wo. Ah, da ist jemand. Da ist jemand. Hol ihn dir. Oh, schnell. Ich muss ihn besiegen. Schnell. Das ist ein Wanderer, der setzt wahrscheinlich reinige Schlempfokommern ein. Irgendwann, man kann jetzt schon gegen die Wanderer kämpfen. Das ist einer der absolut konstanten Trainerklassen. Oh Gott, ein Kiesling. Aber er hat in der absolut konstanten Trainerklassen. Seit Generation 1 dabei. Immer dabei gewesen. Auch wenn man in schwarzen Weiß. Und schwarzen Weiß zwar jetzt relativ spät gegen sie kämpfen konnte. Am Anfang sah es so aus, könnte man es gar nicht. Und ja. Jetzt wisst ihr, wie man sich in schwarz und weiß fühlt, wenn ihr das Spiel nicht gespielt habt. Okay, diese Kampfanimation war sehr creepy. Aber absolut creepy war die. So. Damit ist der Wanderer besiegt. Und ja, wir haben schon gutes Geld, guten Cash von dem erhalten. Das kann man nicht bestreiten. Aber ja, das war jetzt erst der zweite Trainer. Wo geht es hier weiter? Super. Nächste Trainerin. Das sind schon drei. Ähm. Damit ist eigentlich so das Maß für die zweite Arena schon erfüllt. Drei oder vier. Vier wäre natürlich noch besser. Wenn wir jetzt noch einen vierten sehen, dann bin ich, was die Traineranzahl angeht, schon mal sehr zufrieden. Auch die Pokémon-Wahrer jetzt scheint sehr gut zu sein. Sie hat wahrscheinlich ein Sonnenfell und ein Lunastein. Also das könnte sehr viel versprechen. Oh, es hat überlebt. Wow. Nicht schlecht, Freundchen. Autsch. Aber ist natürlich auch problematisch, dass ich keine spezielle Pflanzenattacke habe. Wie Psybel übrigens funktioniert, sie ist zwischen 50 und 150 mal, beziehungsweise zwischen, ähm, Dings, 0,5 und 1,5 mal das Level vom gegnerischen Pokémon macht sie Schaden. Beziehungsweise, nee, vom eigenen Pokémon. Das bedeutet, sie macht, das macht im Moment zwischen, äh, gut, jetzt bin ich nicht so blöd ausgerechnet, zwischen 11 und ich glaube 33 Schaden oder so. Auf jeden Fall ist es hart genug, um meinen Blisafloor leicht in die Predoli zu bringen und Risiko-Tackle. Wenn ich schon wieder, wobei, nee, davor konnte es Wally check. Aber nein, danke, ich habe kein Interesse daran. Da nehme ich viel lieber Gift-Shock. Und wir erhalten wieder guten Cash. Wunderbar. Nein! Och Mann. Achso, ich wollte aber mit dir noch reden, natürlich. Wenn ihr den Dialog seht. Ähm. Aber ja. So, weiter geht's. Ich finde es eigentlich ziemlich cool hier. Wie man hier zu dieser Spitze hoch muss. Ähm, mir gefällt die Arena bisher wirklich gut. Was ich schade finde allerdings ist, dass es hier keine Custom-Musik mehr gibt. So, ich hoffe, ich noch mal diese O-Kraft einzusetzen. Nein. So, ich hoffe, ich noch mal diese O-Kraft einzusetzen. Ich habe ja noch eine. Yes. Nein, nein, nein. Chill, 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 chill. Auf geht's. Ähm, aber ja, eh, Dings. Wie gesagt, äh, ich hatte gehofft, dass es wie in Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 individuelle Arena-Tracks geben wird. Die einfach komplett unterschiedlich sind. Je nachdem, welche Arena man ist, diese Hoffnung-Ziele hat er nicht erfüllt. Das enttäuscht mich ein klitzeklein wenig. Schade. Ähm. Warte, das wird man wieder einbauen. Das fand ich echt geil. In Schwarz 2 und Weiß 2. Weil da waren sehr viele, die haben sich echt sehr unterschiedlich angehört. Und es gab auch echt geile dabei. Also, schade. Ist einfach schade. Naja, gut. Nassknet kommt nun. Bei dem möchte ich jetzt ein bisschen Respekt dafür, dass es Robustheit hat. Deswegen. Soll ich jetzt einen Sprudel trinken. Geset 60. Also, wenn ich jemals wieder sowas wie Supertränke brauchen sollte. Ich würde auf jeden Fall keine Supertränke kaufen, sondern Sprudel. Da lohnt sich so viel mehr. Das Einzige, was früher nervig war, man konnte sie nur aus Automaten rauslassen. Und musste dann jeden Sprudel einzeln rauslassen. Das war sehr, sehr nervig. In Hardcore-Sold-Silver gab es erstmals die Möglichkeit, ein Dutzend zu nehmen. Das war dann cool. Ähm. Aber, ja. Davor muss man dann immer in diesem Automaten das eingeben. Und glaubt mir, es war sehr nervig. So, dass ich paralysiert bin, ist jetzt genauso nervig. Oh, Mann. Da ist so ein Pokémon on me. Wenn das Pokémon sehr zufrieden ist, besteht eine gewisse Chance, dass er sich selbst heilt in Paralyse. Dass er sich selbst in der Paralyse heilt. Genauso wie das es manchmal ganz random Attacken ausweicht. Die ihn eigentlich treffen sollten. Ähm. Und. Also das ist ein Fluchtheit praktisch erhöht. Das sind so die zentralen Dinger bei Pokémon on me. Ich finde es im Prinzip gut eigentlich. Es ist so eine Art Bartwert. Wie, genau. Ein Bartwert wie ein Mario und Luigi. Was ich allerdings nicht so gut finde, ist, ist es klar, wenn es im, äh, Online wäre, dann wäre das alles andere als. Gut. So, vier Trainer für die zweite Arena. Das ist definitiv ein guter Wert. Bin ich sehr zufrieden mit. Äh. Kann man sich nicht beschweren. Aber jetzt gegen den Leiter. Ja. Ich habe dich schon erwartet. Also, jetzt nicht mit, nicht, nicht dich im Speziellen, aber einen würdigen Herausforderung. Meinen Hals, meinen Armen und Beine habe ich ausgestreckt nach jemandem wie dir. Du hast die Steilwände bezwungen. Das allein ist bereits eine große Leistung. Ich werde also mit meinem langen Hals sowie meinen langen Armen und Beinen kämpfen. Nun ja, beim Klettern sind lange Arme und Beine sicherlich von Vorteil. Aber beim Pokémon-Kampf, wir werden das gleich sehen. Du kannst höchstens den Ball weiter werfen als ich. Aber mehr auch nicht. Und, ja, der ist absolut crazy. Auch die Musik. Die Musik mache ich ja von Arena kämpfen gar nicht. Auch wenn die tatsächlich leicht verändert zu sein scheint. Aber dann auch nur die. Leider konnte ich mich davor noch nicht entwickeln. Das wäre cool gewesen, dann mit der Mega-Entwicklung zu kämpfen hier im Arena-Kampf. Och, nee. Das kann es doch nicht sein, Leute. Ich fühle mich ja fast wie ein Pokémon-Stadium hier, wie die mit Donnerwelle spammen. Na gut. Heilmos. Oder vielleicht liegt es am Pokémon-Stadium. Ich habe so viel Pokémon-Stadium gespielt, dass die Genere jetzt meinen, sie müssen das mit mir machen. Und... Ja! Das gibt's doch nicht! Du Arsch! Was denn, Bastard? Alter, du willst so sterben! Das gibt's gar nicht! Fair! Boah, ey. Der macht mich gerade aggressiv. Dieses Ding hat nämlich eine Fähigkeit, die alle Eis-Attacken... Die alle Attacken zu Eis-Attacken macht. Achso, ist dieser Gestein. Fuck. Ja, schau mich nicht so dumm an, du Vieh! Schau mich nicht so dumm an, ich hasse dich! Ähm. So, ich setze jetzt auf dem Auto um mir ein. Weil der kann mir mit Eis fast nichts anhaben. Es feidet, es macht zum zweiten Mal in diesem Kampf einen Volltreffer. Also, das ist ja für die Biote-Pokémon-Stadium. Was soll das denn jetzt? Okay, ich habe jetzt echt keinen Bock mehr. Alter, was für eine Pest-Boile. Kampf ist viermal, verpiss dich. Tschüss. Asshole. Also... What the fuck? Warum macht der zweimal einen Volltreffer, bitte? Zweimal! Das ist... What? Äh? Okay. Ähm. Ja, was auch... Zwei Pokémon sind jetzt vielleicht ein bisschen wenig für den zweiten Arenenleiter, sag ich mal. Allerdings, so wie der gerade ausgerastet ist, reicht mir das auch vollkommen. Weil, ich meine, weder meine Bisagnos noch meine Jessie werden gestorben. Aber, gut, ich meine, das hat alle Volltreffer gemacht. Okay, aber zwei? Junge, verpiss dich. So. Oder da dreht er eine Scope-Linzel. Kann sein, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist er jetzt tot. Von mir redet eine Ehrfurcht einflößende Steinwand empor. Und diese Steinwand bist du. Was? Was war da gerade Japanisches, was da eingeblendet wurde? Manchmal kann man sich auch noch so sehr strecken. Doch sein Ziel erreicht man trotzdem nicht. Wichtig ist, dass man sich nicht unterkriegen lässt. Man darf nie aufgeben, egal wie steil die Wand oder wie stark der Gegner auch sein mag. Das ist mir bewusst geworden, als ich dich in deinem Team in Aktion gesehen habe. Ihr wollt hoch hinaus und ihr könnt es schaffen. Dafür möchte ich dir den Wallorden verleihen. Yay! Das sieht irgendwie aus wie ein Fragment vom Millennium's Puzzle. Kennt aber von dir nur den Wallorden. Mit dem Wallorden gehören dir ab jetzt alle Pokémon bis Level 40. Sogar per Tausch erhaltene. Und das ist auch noch für dich. Ich hoffe, dass nächstes Jahr schneller kommt, weil sonst habe ich bei Junge schnell wieder ein Problem. Wisdom erhält die Attacke Felsgrab. Mit dir kann ein Pokémon Felsen auf den Gegner werfen und ihm damit nicht nur Schaden zufügen, sondern auch seine Bewegungsfreiheit einschränken und seine Initiative senken. Du bist ja ein wahrer Meisterkletterer. Keine Felswand kann dich stoppen. Und ich halte einfach nicht die Schnauze. Doch was bringen dir lange Arme und Beine bzw. deine Fähigkeiten in anderen Bereichen des Lebens? Das ist jetzt die Frage. Und ich halte immer noch nicht die Schnauze. Du musst dir zusammen mit deinen Pokémon überlegen, wie du ihre Talente fördern kannst. Und ich bin immer noch nicht ruhig, damit ihr immer gemeinsam lächeln könnt. Er hält die Schnauze. Gut. Also Leute, wenn dir dieser Part von Pokémon Y gefallen hat, dann Daumen nach oben. Wenn nicht, Daumen nach unten. Und ja, das nächste Mal werden wir dann diese Arena hier verlassen. Moment mal, ganz noch ganz kurz. Dein Sieg über den Arena-Leiter muss Anerkennung gezollt werden. Daher habe ich deinen Namen an die Tafel dieser mysteriösen Arena-Statue eingraviert. Ja. Auch wenn das irgendwie kein anderer immer schafft, außer uns oder unsere Privalen vielleicht. Das nächste Mal geht es dann hier weiter. Ich freue mich auf euch. Bis dann.